... Musik ... Es ist ein wunderschöner Moment! Heute sind wir in Sölde an der Patentbühle. Es passen nicht alle Gäste rein, das Zimmer ist etwas kleiner, deshalb ist der engste Familienkreis mit reingegangen und die anderen stehen hier draußen, wir stellen gleich einmal bilden wir einen Spalier und dann werden wir das Brautbein hier entsprechend empfangen. Ich hoffe mal, dass Sie gleich auch noch einen paar schöne Bilder sehen. Und in diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder, bis gleich, tschau. Drei, zwei, eins, langsam. Ja, so, liebe Verwandtschaft, liebe beste Freunde. Auf zu den beiden, Ballon gegriffen. So, drei, zwei, eins, Ballon stopp. Und loslassen dabei. Ich kenne, was übergehen will. Ja. So, drei, zwei, eins, Ballon stopp. Eins langsam. Oh, nee.